Musik Wir sagen immer, das ist ein kleiner Hamsterrad, das sind große Hamsterräder oder so sehr schön Reckstangen mit Barren verbunden, gebogen, rund gemacht und dann tun wir da die Übungen, wie man sie halt von Barren und Reck auch kennt. Wir haben drei Disziplinen, das ist das Geradeturn, wenn die Räder auf zwei Reifen rollen, wir haben die Sperale, wenn das Hotel hat, wie eine Münze und wir haben den Sprung, da wird das Rad in Bewegung gesetzt, man rennt hinter dem Rad her, auf das Rad drauf und dann runter, wie man das schon vom Sprungtisch zum Beispiel aufkommt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.